ja hallo und herzlich willkommen meine freunde auf der neuen map ground zero war man mittlerweile ja nun schon einige raids aber direkt nach dem wipe die ersten male auf der map waren dann doch was anderes ich weiß nicht wie es euch gegangen ist aber ich war so lost am anfang dass ich mir wieder vorkam als wäre ich neu in dem spiel die map finde ich auf jeden fall klasse und ich präsentiere euch hier in diesem video auszüge meiner ersten raids die nicht so klasse waren im gegenteil also könnt ihr mich diesmal lynchen und nennen denn so habe ich mich auch gefühlt das war es aber an dieser stelle auch wieder mit meinem gebabbel ich bin's wie immer euer gunshot danke euch fürs zuschauen und wünsche jetzt viel spaß mit dem video ich will draußen jemand rennen mehrere kommt jemand von hinten nice läuft noch was er hat nen freund mit zwei er wird von draußen beschossen hast du ihn ne oh shit ich habe keinen links mit ihm genommen kein was ich habe zwei heavy bleedings oh scheiße wo bist du wo bist du ich komme weiter weiter die tür und jetzt rechts die tür hier ja und was wo draußen ja höre ich höre ich geh ich mal hier um den jaja genau geh in die jacke mach dir erstmal wieder schick ich habe den eingang hier ich bin tot oh der spawn gefällt mir nicht so gut ähm das war ja nicht bei der police lass mal rein wir sind ja wir sind ja wieder hier und äh bei dem tiefgarage ja jetzt können wir nochmal wegen medelke gucken mhm oder sterben also vor uns wirklich ich war der meinung ich hätte vor uns was trapsen hören draußen draußen hinter uns ja äh glas ich steck hinten warum rennt der da in die ecke rein? weiß ich nicht hat er dich jetzt gerade mit der pistol gekillt? ja natürlich hätte er es was sonst ja 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 genau zwei spieler meiner seite mln zwei j택ал zwei 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 drei 눈 zwei spieler sind auch gerade auf dem weg zu uns gewesen war der hat mir gerade mit einem schuss direkt wieder das bein weggeschrotet es war bei mir die frage ist wie hat er mich gesehen irgendwo rennt der noch aber ist wahrscheinlich auf meine zwei dudes getroffen die mich haben wollten gerade ja 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 Vielen Dank. Okay, du bist nicht gelootet Die werden wahrscheinlich dann doch von den Leuten, die mich da gerade noch abschießen wollten Nein, hier ist was Was sind da für Sounds wieder? Ich versuche nochmal an dich ranzukommen Gegebenenfalls dein Gear zu saven Ich muss eigentlich auch nur ein Medical Ding finden und dann mit dem Taxi raus Boah, das Taxi wird wahrscheinlich schon weg sein Extrem Hier im Office warst du schon? Ja, ja, alles schon erledigt Nur das, was ich machen muss Äh, nur das, was ich gesagt habe Ach nee, von hier sind wir gar nicht gekommen Ja, ja Scaverino ist jetzt da Aber wo? Ah, rechts außen Ja, das ist ja, alles schon erledigt Ja, das ist ja, alles schon erledigt Oh, yes Da ist die Bandage Da ist die Bandage Das ist das Coffee-Ding, glaube ich Ja, hier ist das Coffee-Teil Und vom Coffee-Teil am Ende hinten links weg Und da ist das Empire Wenn ich aber das Empire sehen kann Dann muss ich da links weg oder was? Alter, ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Scheiß Skaff Player. 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 Geht mir alle nicht auf den Zeiger hier. Daraus ist schon wieder ein Skaff Player, der mir auf den Sack gehen will. Die hat er jetzt gesehen. Alles gut. Muss trotzdem gucken hier. Wo war der? Ja. Okay. Hä? Keine Ahnung. Wo ist denn der Skaff, den ich da vorhin weggemetert habe? Egal. Ist das da vorne? Ne. Ne. Mein Gott, wieder so ein hitziger Kram. Ich will die ersten Level, so von 1 bis 45. Ruhe. Oder? Ersten Level bis 45. Ja, war gut oder? Na. 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 Na.